Die Kameraden Untertitelung. BR 2018 Das war's für heute. Oh, was? Das war ja auch nicht so. Oh, jetzt können wir was machen. Ich hab schon gesagt, ich hab schon gesagt, ich hab schon gesagt. Was ist mein Prinzip? Die rausschmeiß muss er gesagt. Ist das aber zeitgemäß, Martin? Ich hab jetzt einfach so realistisch. Ich hab's noch nicht so. 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 Ich hab's noch nicht so realistisch und beides бы auch nicht so. Weitere�. Das war der Hand, das war der Spray-Drag von der Seite, ja. Ja, natürlich. Und reißen. Und im Hintergrund sehen wir die Roland um die Hand von Luis anhält. Und dann denke ich, ah, das war ein bisschen so Holz und so. Eine noch? Okay. 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 Okay.